Ich habe keine Stoppfetzen. Super. Toll. Ey, wie weit ist denn der Rucksack entfernt? Also, ich bin jetzt, äh, in dem Gebäude, wo, äh, wir zuerst waren. Ich würde gerne, ich, ich... Glaub ich direkt vor dem Zombie. Oh, der Himmel ist auch sehr schick, muss ich sagen. Äh, ich würde gerne ins Hotel gehen, bin ich ganz ehrlich, fühle ich mich ein bisschen sicherer. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich dann... Äh, nee, da ist der Eingang voller Zombies. Da wir zuerst drin waren. Das große Hotel. Wo wir die Tür freigekloppt haben. Ja, wenn es, wenn es das Gebäude ist, ich... Doch, da unten bist du. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bin hier oben. Hier oben. Hier, hallo. Hier, hier oben. Hier, hier oben. Hier. Ja, ja, ja. Hier oben ist es gut hier. Pass auf, da sind ganz viele... Ja, da sind ganz viele Zombies. Ich weiß. Lauf mal links, äh, links lang. Links die Straße weiter. Äh, die Spucken, die Zombies. Kann das sein? Ja, genau. Genau, wir laufen mal rüber. Links, 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 links rüber. Die Straße rüber. Die Straße rüber. Das... Hier, die... Hier das Bruch... Hier das Bruchding. Auf der linken Seite. Siehst du das? Ja. Da bin ich oben drauf. Ja, da oben sehe ich dich, ja. Ja, hier stehe ich. Äh, da gehst du hier vorne lang. Warte. Hör. Wo bist denn du jetzt? Boah, Mann, die Zombies. Die gehen mir hier auf den Kicks. Hier, komm hier hin. Hier, hier, hier. Uah, wo bist denn? Uah. Ja, ich hab hier zehn Zombies. Ja, bei mir ist auch schon wieder gerade einer. Alter, uah, uah. Lalalalalala. Nein, ich fall runter. Nein, was? Scheiße. Oh, ich bin gelähmt. Oh, fuck. Mann. Fuck, ich hab nur noch... Ich hab nur noch sieben HP. Oh, Gott. Ist das ätzend. Ich bin so... Ja, ich bin schon tot. Mein Rucksack liegt da wieder. Fuck, ich hab nur noch sieben HP. Oh, Gott. Oh, Gott, ich hab nur noch sieben HP. Was ist denn bei dem Zell ist? Oh, Gott. Lalalalalala. Oh, ich bin schon fast gestorben. Nein, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Oh, nein. Wie weit bin ich denn weg? Ach, du Kacke. Das finde ich nicht nett. Ich bin ja noch weiter weg als vorher. Ah, Zombie. Oh, fuck. Lass mich. Geh weg. Lass mich. Geh weg. Lass mich. Können Zombie springen? Manche, ja. Oder zumindest diese komischen Spider-Zonges. Die können klettern. Alter, ich rette mich nur mal so gerade eben irgendwie. Gibt es denn? Wie kann ich denn hier... Ach so, da brauche ich Aloe-Creme. Genau, für Medikament. Ah, oh Gott. Und Mist, das Ei, das muss ich braten. Dazu brauche ich eine Bratpfanne oder einen Grillrost. Und dazu brauche ich ein Rohr. Nee, er hat Rohr gesagt. Also ein Metallrohr. Kann die nach dem was schneller rumieren? Ja, es ist... 60 Sekunden, nee, Minuten, war eingestellt, glaube ich, oder? Und das ist schon heftig. Überleg mal schnell zu 120 ein. Also, wenn ich Glück habe, bin ich morgens 5, 6 Uhr wieder in der Stadt. Okay. Ich bin hier immer noch am Schwimmen. Und ich schwimme. Und ich schwimme. 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 La, 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 la. Ich glaube, so Stadt ist gar nicht mal so gut. Finde ich. Nee, weil so viele Zombies sind. Aber mein Rucksack liegt da. Ja, wenn ihr mich leitet, wo das ist, dann kann ich den vielleicht hulen. Mit Risiko. Aber ich würde es nicht. Ja, da, wo du gestanden hast, würde es da hochgehen. Weil bei mir, wo ich gestorben bin, war ein großer Zombie. Dann ist er in die Richtung. Weißt du, da, wo du runtergesprungen bist auf der Ruine? Also, mein Rucksack... Ach doch, jetzt ist er wieder da. Ich würde gerade sagen, der wird gar nicht mehr angezeigt, aber jetzt ist er wieder da. Jetzt war ich gerade gejagt, jetzt bin ich wieder versteckt. Ich bin hier oben so ein bisschen safe, habe ich das Gefühl. Ich war es gerade nicht so spannend, hier auch im Let's Play. So. Weil ich mich gerade verstecke die ganze Zeit, aber... Nun gut, ne? Man muss ja hier in der Zombie-Apokalypse, muss man schauen, wo man bleibt. Ja. Gejagt, versteckt. Steht bei dir. Gefressen oder gefressen werden. Genau. Ich würde ja gerne zum Rucksack von von Willi Cha-Jungen gehen, aber das Problem ist, ich habe Angst, dass ich dann noch mehr verkacke. Weil ich habe nur noch 7 HP. Dann erst mal oben. Weil ich muss auch, ich muss doch langsam was essen irgendwie, um HP zu kriegen. Weil sonst kann ich es vergessen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe einen Rucksack, ich habe einen Schlafsack gelegt. Das heißt, wenn ich sterbe, muss ich normalerweise hier spawnen, oder? Theoretischerweise, oder? Ja. Das heißt, ich könnte es ja eigentlich riskieren, ne? Weil ich habe den Schlafsack oben in der Ruine gebaut. Warte mal, ich probiere es mal einfach jetzt. Komm, scheißegal, komm. Ja, und ich breche mir das Bein, weil ich zu... Wie, die ist gestorben? Ja, ich bin gestorben halt, weil ich einfach runtergesprungen bin. Es ist so, ja... Jetzt darfst du auch erst mal wieder Kilometer weit laufen. Ja, ich habe den Schla... Jetzt bin ich gespannt. Ich habe den Schlafsack, habe ich aber gerade platziert in der Stadt. Nee, was ist denn das Bahnpunkt? Warte mal, erschein auf dem Bett? Erschein bei dem Bett? Was ist denn jetzt besser? Erschein bei dem Bett oder auf dem Bett? Also auf dem Bett ist direkt in deiner Schlafrolle, also praktisch obendrauf, ne? Und beim Bett ist daneben. Leicht außerhalb. Nee, leicht außerhalb. Da mache ich auf dem Bett. So. Ah, cool. Ja, das hat geklappt, wunderbar. So, pass auf, dann gucken wir mal. Wo war denn jetzt, äh... Mein Rucksack, der müsste... Oh nein, uah. Der müsste in der Nähe sein. Da ist der Rucksack irgendwo. Hallo. Hier liegt eine Leiche. Ich fasse die mal an. Was hat er dabei? Magnum-Teile. Nehme ich mit. Kann man gut brauchen. So. Du bist ja irgendwo... Ähm... Sascha, hast du eine Fackel? Ähm... Wer rennt jetzt hier rum? Ja, in der Hose. Ah, Zombies. So. Nein, Alter. Huah. Alter, wie viele ihr sind? Geh weg. Lass mich. Alter, ich... Will die auf einmal anfangen zu rennen. Die Dreckschweine. Ja, ja. Ich sehe ja nichts. Es ist auch so aschdunkel gerade. Irgendwie habe ich hier oben... Ach, ich bleibe hier lieber auf meiner Ruine. Ich warte lieber bis Tages. Warte mal. Hier habe ich doch irgendwo meinen Rucksack verloren. Ah, hier liegt der. Na, nimm doch den... Nimm doch den Scheiß... Nimm doch den... Ah! Huah! Von mir wird immer noch Rucksack als ganz, ganz, ganz klein angezeigt. Nein, du bist gelähmt. Kriege ich die Tür offen? Nein, kriege ich nicht offen. Scheiße, fuck. Ich brauche mal hier Hilfe. Um vier oder fünf Uhr hier aufzurennen. Ich weiß es gar nicht mehr, ne? Nein! Nein, scheiße! Ich habe... Nein! Nein! Sag mal, wie weit essen das denn noch? Noch kein Festland zu sehen. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, kann erst mal... Also, also... Scheiße, 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 scheiße. Das wird mittags zwölf Uhr. Romeo, Hilfe! Scheiße, scheiße, scheiße. Hören die vier oder fünf Uhr aufzurennen? Ich sterbe so, ich sterbe. Ich werde auch so sterben, weil die ich jetzt... Ja, ich bin benommen und ich bin gleich tot. Ich bin tot. Nein! Ich bin auch tot. Nein! Das war's. Na, ich bin nackt. Iiii! Iiii! Oh, Iiii! Oh, Iiii! Oh, Alter, nimm den Arsch aus dem Bild. Oh, Iiii! Das ist ja pervers. Iiii, Alter. Boah, Iiii! Alter, boah, der legt sich voll auf die Frau drauf. Wo hält den nackten Arsch ins Bild? Ist ja eklig. Das ist ja verboten. Das sollte verboten werden, sowas. So, erscheinen auf dem Bett. Oh, es ist wieder hell. Es ist wieder hell, Gott sei Dank. Oh, ich warte jetzt kurz, bis es hell wird. Ich bin mal kurz WC. Bis gleich. Yo! Alter, hier ist ja... Okay, ist ja so ein... Hä? Ab vier war das, ne? Hörn dir auf zu rennen. Hier ist noch ein Backpack. Hier ist ein Backpack am liegen. Von wem ist das? Ich glaube, das ist von Sven, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht, was alles drin ist. Äh, das ist mein Spitz, glaub ich. Hier sind Pfeile, Bögen. 212 Holz. Ne Dose zu essen. Ein Wasser. Dann ist hier so ein Messinggriff. Messinggriff. Chili. Ja, dann ist mal einer, genau. Dose Chili. Ich nehm das mal alles mit. Wo bist du denn? Ich bin noch mitten auf dem Meer. Ja, aber scheiße. Ich werde schon wieder verfeucht hier. Oh, ein Bär vom Bären werde ich verfeucht. Nee, oder? Ja, ansonsten lässt du liegen. Da tu ich mir, wenn ich da nochmal ankomme. Ja, super. So, Stösschen. Ja, zum Wohle. Oh, der Bär verfeucht mich immer noch. Ich bin schon seit vier Stunden im Wasser. Ich gucke gerade auf der Karte, wo du bist. Oh Gott, da hinten bist du. Oh Gott. Guck mal, wo ich bin. Weil ich hab meinen Rucksack jetzt auch gefunden. Kann ich das irgendwie zwischenlagern? Irgendwo drin? Die ganzen Utensilien? Geht das irgendwie? Kann man die irgendwie ablegen? Dass man sagt zum Beispiel, ich packe die mal eben in so ein Auto rein oder sowas? Geht das? Kannst du eine Truhe bauen. Kann man das machen? Man kann das ins Auto reinlegen oder was? Alles? Ja, geht. Da steht ein Bär. Ach, Tatsache, das geht wirklich. Das ist ja cool. Pass auf, ich lege deine Sachen mal alle mal in dieses Auto hier rein. Ja, aber das Auto muss jetzt mal gefunden werden. Ja, ich weiß ja, welches es ist. Äh, weiß ich nicht mehr. Hab ich vergessen. Weil ich muss ja meinen Rucksack... Warte mal, wo du stehst. Warte, mach dir mal einen Weg... Warte, genau. Warte, ich stell mich da mal hin. Da mach dir mal einen Wegpunkt hin. Genau hier, wo ich jetzt stehe. Da ist das Auto. So, hast du den Punkt gemacht. Super. Oh, schon fast ersoffen. Oh, 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 oh. Oh, gefährlich. Ich muss ja mir meinen Rucksack jetzt auch holen. Aber da vorne ist noch so ein Zombie. Oh, 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 oh. Aber sieht ja schon schön aus. Der Sonnenaufgang auf dem Meer. Ja, hab ich noch nicht gesehen. Kam ich noch nicht zu. Ist mir noch verwehrt geblieben, weil ich immer wieder sterbe. So. Weil ich schwimme der Sonne genau entgegen. Echt? Wie kann ich in dem Wegpunkt markieren? Flex, sag mal, Flexi, hast du das eingestellt, dass die Nacht irgendwie kürzer ist? Nee, wieso? Weil die ja jetzt um 4 Uhr schon aufgehört haben. Ja, ist es bei mir immer gewesen um 4 Uhr, dass die aufhören zu rennen. Bei mir war ja immer ab 4 Uhr nicht auf zu rennen. Aha, bei mir war es eigentlich immer ab 6 Uhr. Okay, bei mir 4 Uhr. Ich habe das so gelassen, wie bei mir war immer. Also da war nichts. Hey, sind Einkaufswagen. Mein Rucksack ist irgendwie weg. Weißt du noch ungefähr, wo der lag? Ungefähr? Ja, vor diesem Kino. Kino, 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 Kino. Ich schaue mal, ob ich den finde. Ja, da wo ich hier gerade bin. Ich stehe ja hier gerade beim Kino. Da wo ich gestorben bin. Der hat mir vorher nochmal angezeigt. Und jetzt ist er irgendwie weg. Okay. Mein Rucksack. Ja, ist ja egal. Ich habe Blei gefunden. Oh, schön. Ich versuche mal wieder Müllsäcke zu blünden. Oh, Klebeband. Na, wer ist böse? Den verklebe ich den Mund. Das ist aber schönes Kino da hier, ey. Echt? Ich muss mal zu dir kommen. Wo war denn das? Mit dem Kino? Toll doll. Warte, aber wo bist du denn auf der Karte? Das ist ein richtiges Kino da hier. Oh, das bin ich aufgestimmt. Warte, ich komme mal eben zu dir. Aber ich bin gerade hier bei dem ganzen Hotel. Boah, da würde ich gerne mal rein in das Hotelhaus. Ah, da ist das Kino. Das Porno-Kino im Übrigen. Ah, hier. Alter, wie geil. Was ist das denn? Äh, was ist das für eine komische Leinwand? Und was sind das für komische Sitze, wo Gitter davor sind? Was ist das für ein Kino? Huch. Äh. Ich gucke gerade im Stream, aber... Was liegt denn hier am Boden? Okay, Kino. Ach so, irgendwelchen Müll. Die Gemälde kann man auch sammeln. Wie cool. Kino der Tod. Können wir das Kino einbruchssicher machen? Erstmal hier ist Wasser. Ich habe erstmal Wasser gesammelt. Einbruchsicher machen. Dann müssen wir die Türen noch verbarrikadieren. Und alles. Na, ich will... Na, ich will nicht verstecken. Ich will das Klo freiräumen. Ich weiß, ich muss mal eben pipi. Also, ich habe zwar gedacht, ich komme um 12 Uhr an. Das wird aber auch nichts mehr, oder? Okay. Bist immer noch schön unterwegs. Oh, doch. Ja. Ich habe gerade mal die Hälfte hinter mir. Hey, ich habe das Wichtigste überhaupt gefunden im Spiel. Die Pissbecken. Also, also, die, die, ja, die Toiletten. Urinalbecken. Die, die Toiletten. Lila Muskelshirt. Was? Wie war das? Das habe ich mal gefunden. Als Frau sieht das geil aus. Aber Mann weiß ich nicht. Das mit Toiletten erinnert mich an Dangerous Gold. Ach ja, stimmt. Da habe ich einen Albtraum gefunden. Ja, das stimmt. Das ist... Oh mein Gott, da muss ich jemand anders von träumen. Ich habe einen Kochtopf gefunden. Das heißt, ich kann mir Kochen zubereiten. Äh, Essen zubereiten. Kochen zubereiten. Wir sind los heute. Kochen zubereiten. Ja, ich kann mir Kochen mal zubereiten. Gutes Deutsch. Waschbecken ist ein Eisenrohr. Er hat Rohr gesagt. Und Kaffeebohnen. Und Medi... Alter, ich habe Medizin gefunden. Ja, Survival! Wieso ist das Spiel eigenartig? Was? Eigenartig? Was? Warum? Wieso eigenartig? Achso, da... Achso, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Frauenlogik? Menschliche... Was? Schei... Was? Scheiße? Iiiiih! Menschliche Scheiße habe ich gefunden. Iiiiih! Ich habe menschliche Scheiße gefunden. Die muss aber schon, äh... Ja, mehr als steinhart sein, oder? Und ich habe eine Flasche trübes Wasser gefunden. Im Klo. Ja, ob ich das trinken möchte, weiß ich noch nicht. Ah, ich habe noch eine Flasche gefunden mit trübem Wasser. Nee, dafür ist ja dein Kochtopf. Ja, kann man ja... Und schon wieder menschliche Scheiße. Was kann man... Mich würde immer brennend interessieren, was man mit menschlicher Scheiße anfangen kann. Warte mal. Information. Sonstiger. Handwerkmeister 1 von 100. Ekelhafte Scheiße. Haben Sie nur am sauberen... Was heben? Was? Heben Sie nur am sauberen Ende auf. Du kannst sie auf deine Freunde werfen oder damit Zombies ablenken. Hey, warte mal. Um Freunde damit zu bewerfen, dann nehme ich doch erst mal so ein Packen mit davon. So. Auf jeden Fall. Also muss es mal zu mir kommen hier. Ja, warte. Ja, warte. Ich will das mal ausprobieren. Ich will mal... Ich will mal Scheiße auf dich werfen. Das klingt so falsch. Iiiih! Nimm dir das jetzt in die Hand. Iiiiih! Wenn ich noch ein paar Stunden schwimmen muss. Iiiih, der hat Scheiße in der Hand. Iiiih! Iiiih, Alter! Iiiih! So, warte mal. Vielleicht bin ich dann da immun vor Zombies. Wenn ich nie, wie ich ein Zombie? Zombie-Leiche. Mal gucken, was hat der mit? Nichts. Okay. Oh, Scheiße in der Hand. Komisch. Ja, Iiiih. Jetzt habe ich mal eben die Fackel in... Hallo. Und ich schwimme mir den Wolf, ey. Ja, nicht nur du, ich auch. Okay, um das... Ich bin jetzt über sechs Stunden schon im Wasser. Um das Kino sicher zu machen, brauchen wir, glaube ich, ein bisschen, weil alleine vorne die Front offen ist. Tatsächlich wie Minecraft. Ja, ist es auch. Es ist ein Minecraft-Klon, in Anführungsstrichen, nur sehr, sehr komplex, weil du musst ja auch auf Ausdauer achten, auf Essen achten, auf Trinken achten. Ach du Scheiße. Auf Dehydrieren und alles. Weil du kannst auch, du kannst auch erfrieren, du kannst auch überhitzen und verlierst dein Leben. Also alles, alles drin, alles, alles drin. Oh! Ich habe einen Berghelm gefunden. Geil. Ein Berghelm. Hört, hört, der feine Herr. Ja, der ist wichtig. Der ist wichtig. Wegen dem Steinschlag von oben. Ja, ja. Hört, hört, der feine Herr, ein Berghelm. Ich versuche mal gerade, was geht das? Ah, da bräuchte ich... Der ist echt wichtig, der Herr. Was ist denn der See? Der See? Dann ist ein Meer. Das ist schon kein See mehr. Das ist ein Meer. Obwohl... Na, das ist ein Ozean. Geht das? Kann ich hier mir so... Warte mal. Der Atlantische Ozean. Der Atlantische Ozean. Unendliche Weiten. Ja. Scheiße, das geht so nicht. Dann muss ich da noch einen hinbauen. Dann geht das. Warte mal, das müsste auch gehen, oder? So. 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 Hey, das geht. Oh, scheiße. Jetzt habe ich keine Steine mehr dabei, um meine Achse zu brauchen. Gute Idee. Gute Idee, die ich habe. Ich versuche mal gerade was. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Zombie hier rein. Aber wenn ich natürlich... Schöne Treppe baust du. Ja, ne? Ich versuche mich gerade so ein bisschen im Hotel zu verschanzen. Ich hoffe, die Zombies kommen... Ich hoffe, die Zombies kennen den Trick nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, er ist direkt hinter mir schon. Oder auch nicht. Holzrahmen. Kann ich den irgendwie... Hier drauf bauen? Ja, kann ich. Da drauf. Und immer noch kein Land in Sicht. Oh, Gott. Nee, bei mir auch nicht. Was gibt es denn nicht? Wo seid denn ihr? Ich baue mal eben geradezu hier. Ich bin im Hotel. Ich war gerade der Welt, Simba. Ich verblankerst vor, da brauchst du echt noch ewig schwimmen. Echt? Du hast jetzt... Ja. Also rechts von dir ist jetzt ungefähr eine Insel. Und dann... Entschuldigung. Du musst dir nochmal so Wunden verlangen. Ach, du Scheiße. So, ich habe kein Holz mehr. Egal, auf jeden Fall habe ich die Bude zugebaut. Da kann ich mich jetzt wenigstens in Ruhe hier umsehen. Ich sehe Festland. Was? Nein. Nein, ich glaube es nicht. Ach, hör auf. Nach siebeneinhalb Stunden schwimmen. Yeah. Gucken wir, was hier alles in den Schränken... Die Schränke sind ja leer. Was ist das für ein Armuts... Was ist das für ein Armutshotel hier? Die haben nichts in der Schränke. Ich glaube es ja wohl. Toll, eine Blechdose. Die brauche ich auch. Ich denke, das ist das für ein Armuts her. Wie?